9-11 gestern. Erinnert ihr euch noch damals? Ich weiß noch, ich saß in der Uni-Bibliothek am Computer Pool, war im Internet unterwegs, verschiedene Sachen gemacht und in dem Moment, als ich einfach mal auf Spiegel Online schauen wollte, wie immer, ging die Seite nicht. Ich habe mir damals nichts gedacht, mein Gott, Serverfehler, what else, bis ich dann später darauf gestoßen bin, was wirklich passiert war. Ab diesem Moment war ich natürlich genauso abgestoßen und fasziniert von den Bildern, die sich allen bei uns ins Gedächtnis eingebracht haben. Aber diesen Moment der Unbekümmertheit im Computer Pool, als ich einfach nur an einen einfachen Computerfehler dachte, den werde ich nicht vergessen. Der Abend danach war mit Telefonaten, mit Freunden vollumfänglich bestückt. Wir diskutierten, was passieren könnte etc. und alle waren unsicher. Wie war es denn bei euch damals, 9-11? Teilt mir doch eure Erinnerungen, was ihr zum damaligen Zeitpunkt gemacht habt, in den Kommentaren mit.